Willkommen zurück zu Elden Ring. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in der letzten Folge. Das hat man schnell verpassen können. Es gab da so ein Frame, da bin ich gestorben. Und ich habe mir überlegt, das mache ich diese Folge jetzt nicht mehr. Wir sterben einfach nicht mehr. Dann gehen wir vielleicht nicht direkt zu dem Drachen, der hinten gelandet ist. Dann gucken wir uns erstmal hier um. Hier war ich auch noch nicht. Wir laufen komische Kollegen lang. Der guckt schon so, der will es doch. Dann komm her. Der guckt. Elden Ring Profi. Der drachenverbrannte Ruine. Ja. Der hat vorhin schon ganz schön aufgeräumt. Ich glaube hier rüber. Muss ich da rüber? Also ich bin schon ganz schön ein Elden Ring Profi. Kann man praktisch kaum Besse machen. Oh moin. Tut mir fast ein bisschen leid, weil... Die sind voll putzig aus. Warte. Warum block ich das nicht? Die sehen ja voll nett aus. Ach du Scheiße. Oh du noch weh. Und mein Schild blockt nicht so viel. Ein Ruinenfragment. Oh dear. Kriege ich jetzt eigentlich dann wieder meine Heilflasche aufgeladen, wenn sie weg ist. Ja. Oder? Vier? Nee, immer noch vier. Vielleicht leben denn noch welche? Schwedlinder Schmetterling. Einer hat eben noch so rumgemurmelt. Ja da. Ups. Oh der falsche Knopf getrückt. Ich habe eh nichts mitbekommen. Trinas Lilie. So, so. Ich gehe mal hier in den Keller, was da so ist. Wir brauchen endlich mal eine Fackel. Ich bin schon viel zu unvorsichtig, weil ich dann denke, ja den haue ich jetzt noch um, bevor der andere wieder in den Rücken fällt. Spoiler Alert. Ich bin gar nicht schnell genug, wenn die mich umzingeln. Zum Glück haben wir unbegrenzt Heilung. Ich kann nicht eher schlampig rumspielen wie sonst was. Können wir die backsteppen? Ich glaube nicht. Wagen rumschnitzen kann ich. Jetzt habe ich eine Purpur-Flaschen-Dings-Ladung wiederbekommen. Und eine Kist. Was da wohl drin ist? Was ist das denn jetzt? Ey! Ich wollte schon eine Kiste plündern. Jetzt bin ich irgendwann schon damit gefangen. Da lädt irgendwas Großes. Das dauert ganz schön lang. Kistalltunnel von Selya. Kann ich damit wieder zurückreisen? Gibt es Mimics in Elden Ring? Zur Hölle sind wir hier eingelandet. Wow. Wow. What? Did he just do that? Oh, man respawnt aber hier. Ist das denn der Weg zurück? Alles. Okay. Ich warte jetzt mal, bis der vorbei geht. Die andere Mine war auch schon nicht ohne. Ich ahne, dass er so einen blöden Spell castet und mich dann einfach wegbollert. Wann ist das gleich ums Eck? Okay. Ja, komm halt hier runter. Dann können wir mal gucken. Sagt er mit großer Schnauze. Ich glaub nicht, dass es runterkommt. Okay. 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 Na, da ist es. Ob ich das parieren kann. Ah ja, hau ruhig da durch. Mit dem großen Arche. Man kann ja auch schlecht kämpfen. Rechts und links sind die anderen Typen. Guck doch mal hier vorne hin. Ich kann es auch nicht anvisieren. Läuft. Sie sind ja dann vielleicht gar nicht aggro, solange ich sie nicht angreife. Sagt er hoffnungsvoll. Warum er jetzt hier? Au. Au. Ich räume nicht gerade. Alter. Okay. Das kann er nur zu mir herlocken. Aber es sind ja auch persönlich. Anstatt mal rüber zu kommen. Ich hab mich gestriffen und trotzdem voll Schaden gemacht. Gleich halt. Ja. Jetzt komm halt mal her. Ich will nicht mit dem anderen da kämpfen. Ja. Das ist nämlich zu blöd, ne? Erst den Fennkampf scheiß machen. Au. Werden wir nicht alle da am abpümmeln wären. Bis zwischendurch. Au. Da kann er nicht gut ausweichen. Man fehlt zwischendurch auch immer das Loch an. Leider. Ich krieg' den nicht gelockt. Nur den jeden Handmann. Danke. Jetzt hab ich keine Falte mehr. Ja, halleluja. Dann ist alles klar. Jetzt komm mal hierher. Oh, der ist jetzt auch sauer geworden. Natürlich. Also wenn sie doch abkrochen, wenn man sie nicht angreift. Probieren wir's mal. Jawoll. Wie ein Meister-Mann geparriert. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich kann... Ich kann nicht... Ja, aber... Die kleinen Erfolge. Ich hab' den geparriert und... Den anderen krieg' ich anscheinend nicht weggepult. Ich fühl' mich auch, als wär' ich hier irgendwie falsch. Ich fühl' mich im ganzen Spiel falsch. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Was benutzt du? Dann komm' ich da zurück, oder wie? Ne. Ach, jetzt bin ich hier. Ah, okay. Herzlichen Glückwunsch, Martin. Ich dachte noch, na gut, dann geh' mal halt hier wieder weg. Mit der geheimnisvollen... Truhenreise. Jetzt steh' ich hier ohne Pfeile. Oh Gott. Kann ich hier hoch? Halt' ich doch mal fest. Zieh' dich doch mal hoch. Ich will nicht anvisieren. Au, danke. Jetzt komm' hier runter, du Arsch. Au, warum? Wie soll ich denn gegen dich kämpfen, wenn du nicht runterkommst? Danke. Ah, da. Ja, aber hin. Es war schon... Ja, 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 ja. Das ist alles ganz aufregend. Ich freu' mich auch schon. Hässliches Kackvieh. Okay. Okay. Kein Problem, sagt er. Hoffnungsvoll. Das ist doch... Kann da nicht... So ein Rattenkeller kann mich da nicht hier in so eine Kackmine befördern. Habe ich irgendwelche Sachen mal, die ich mal doch tragen sollte? Verbrauch-FP. Gravitationsschockwelle. Verbrauchsgut? Wie benutze ich denn so einen Quatsch überhaupt? Wie rüste ich Sachen aus? Wie haben wir noch nicht geschafft? Das ist ein bisschen... Ach, doch Käse, oder? Ansicht wechseln, Ansicht umschalten. Zurück, ja. Nutzen, zurücklassen. Aber nutzen, dann benutze ich das ja. Ich will sie nicht benutzen. Ich will sie schnell es noch zuweisen. Das geht irgendwie mit Y durch. Nein, das nicht. Ach, da kann ich zurück zum letzten Ort der Gnallern. Verliere ich aber meinen ganzen Shit. Die sind umgesetzt, die anderen Slots. Ja, das sehe ich auch. Da brauchst du nicht so doof gucken. Hier kann ich die Slots noch mitverenden. Das ist aber nur dann, was da unten auftaucht. Und das kann ich hier irgendwie auch. Wann kann ich das nur hier? Ich möchte es doch diesem Slot hier zu... Ich checke es nicht. Ich checke es nicht. Leute, ernst. Ich wollte ehrlich da oben kämpfen. Ich komme da nicht hoch. Kommst du runter? Kommst du runter? Okay, dieser... Der Angriff hat mich getroffen. Au! Und er schießt ums Eck. Warum auch nicht? Kannst du mal nicht in die... Wie soll ich denn zu dir hinkommen, Rudi? Das ist doch Quatsch. Und warum hat er wieder volle Lebenspunkte? Okay, das Spiel hat jetzt aber auch gar keinen Bock auf mich, oder? Ja, dann... Das geht natürlich. Das geht natürlich. Was ist denn da oben links eigentlich für ein Zeichen? Ich habe zwei irgendwelche... Warum sind da so zwei durchgestrichene Sachen bei meinem Namen? Das gefällt mir nicht. Schade, dass ich keine Pfeile mehr habe. Und daneben gehopft. Und... Wo bin ich jetzt? Achso, da. Okay, ich bin da oben. Ja, das trifft mich jetzt gleich alles. Ja, natürlich. Das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend. Zum Blocken ist der Schild halt nicht gut, den ich habe. Ja, man blockt zu wenig Schaden. Vielleicht sollte ich auch mal probieren, ihn zu parieren. Ist ja vorhin einmal geklappt. Wenn man schon die Hosen voll hat. Dann noch sowas zu probieren. Ist mal so eine Sache. Ja, ich gehe da unten hin. War es ein anderer? Was gehe ich jetzt? Einfach Schmiedestein. Ich will mir Waffen mal verbessern. Ein bisschen mehr Schaden machen. Au, ah. Ah, nein, umdrehen. Au, natürlich. Ja, ja. Schieß nur hier rein. Ist völlig okay. Jetzt machen wir mal den Schuss ab. Ah, hier steht einer drin auf. Ist das Hell einer drin aufgestanden? Nee. Oh, ich sehe den Attacken überhaupt nicht. Es ist kackendunkel. Ich versuche zu sehen, was er macht. Wo bin ich denn hier? Kack, ekliges Vieh. Ich sehe nichts. Wenn man wenigstens mal eine vernünftige Area hatte, in der ich fighten könnte. Ich gebe aber noch nicht ganz auf. Ich könnte natürlich jetzt einfach das Ding nutzen, um zum nächsten Ort, zum letzten Ort der Gnade zurückzukehren. Alle Runen dazu verlieren. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Schöner Ort, wo ich hier gelandet bin. Au. Au. Ja. Ja. Passt schon. Alter. Geht's noch? Oh Gott. Wo bin ich hier? Warum? Was mache ich nur? Aber kann ich eigentlich nicht... Sag mal. Kann ich nicht jederzeit reisen eigentlich? Oder nicht von bestimmten... Ah, ist durchgestrichen. So einfach nicht vielleicht von dem... Von dem dann direkt. Könnte ich jetzt von hier aus reisen? Oder... Da gibt's jetzt nicht eine Schnellreise, oder? Dass ich das hier mache. Kriegsasche. Das ist ein blöder... Zeitvertreiben. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Wenn ich direkt hier stehe, könnte ich dann zufällig reisen? Auch nicht. Ist ja auch sehr schön hier. Ich will hier auch gar nicht weg, ehrlich gesagt. Das gefällt mir ganz hervorragend. Fäulen ist fett. Das finden wir alles für eine Scheiße. Ich baue mich jetzt mal. Ich heile mich mal ein bisschen. Also ich leffle ein bisschen auf. Ich sage einfach irgendwelche Sachen. Irgendwas stimmt davon schon. Ja. Nutzen. Kann ich alle nutzen? Hi. 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 Stufenaufstieg. Ein bisschen HP kann ich schaden. Konditionen. Konditionen. Oder mehr Schaden. Ich weiß auch nicht genau, welche Richtung ich gehen möchte. Ich mache es nochmal HP. Kann ich immer ganz gut gebrauchen. Und mit dem Rest muss ich mich irgendwann ein bisschen befassen mit den Waffen. Ist mit diesen Waffen angefangen von daher. Bleibe ich erstmal dabei, aber. Okay. Sieht hier gefährlicher aus. Was sagt denn die Map hier dazu? Kristalltunnel von Zellia. Ist doch bestimmt nicht gut hier zu sein. Stadt der Zauberer. Kann ich von hier draußen reisen? Oder? Schau mal kurz. Ja. Zeigen wir doch nochmal die Map an. Wer macht das Geräusch? Aber ich darf meine Map nicht mehr sehen. Ich darf meine Map nicht mehr sehen. Okay. Dann sehe ich meine Map halt nicht. Das sind die anderen Viecher. Das ist ja ein Riesig. Und vorsichtig sein. Sieht ein bisschen aggro aus. Wie weit geht dieser Nebel? Da hinten ist auf jeden Fall ein, weißt denn die Ort der Gnade? Terminologie noch nicht ganz drauf geschafft. Oh, was ist da denn los? Das ist bestimmt was Gutes. Ich will hier halt wohl so ein Ding wohl. Dann kommt hier so eine Monster-Krabbe dann. Bei so einem Kleinen ist er schon so eine Krabbe gekommen. Au! Headbutt. Okay. Okay. Ow! Streifen weißen Fleisches. Ja dann. Es läuft alles direkt nach Plan. Son von Ionia. Da laufen unangenehme Gestalten rum. Mein letzter Ort der Gnade war da hinten. Da vorne ist auch einer. Hier sind so diese Fußspuren, die ich gesehen habe. Und drei große Typen. Okay, die hat mich doch gesehen. Will ich mich mit dem prügeln? Warum sind diese komischen Spuren da hinten? Eigentlich gemein. Sie haben mich jetzt ignoriert und ich... Der See ist irgendwie nicht gut. Okay, der lebt noch leider. Ja, der Spack da hinten ist aber ab. Warum auch nicht? Das war eine schlechte Idee. Au! 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 Alter! Okay, können wir den erstmal jetzt hier kurz... Na ja, ist alles gut. Alles gut, Brudy. Ich will doch nur den einen Typen erstmal loswerden. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Aua, danke. Ja, keine Heiflasche, das wird alles... Ist ja gar kein Problem hier, ehrlich gesagt. Okay, 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 okay. Ich dachte, ich kann den ein bisschen staggern. Wenn du das nein... Kann ich nicht. Vielleicht kann ich jetzt immerhin wieder die Karte benutzen. Ich... Danke. 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 Okay. Nun gut. Und hier aus kann ich wegreisen. Tatsächlich... Fühle ich mich hier ein bisschen... Wie soll ich sagen? Nicht willkommen geheißen. So, ich möchte da hinten einen Wegpunkt freischalten. Komm, geh weg. Ich will auch nichts von dir. Ah, ja. Mach ich hin. Danke. Danke. Was für Sie auch nicht vor! Mögen für Hooen! Hamm Großen für über Button! Mann Mann Geil... Gute! Na Geister herbeirufen. Mit der Glocke eines Geisterrufes könnt ihr mit Asche verschiedene Geister herbeirufen. Das Herbeirufen verbraucht gewöhnlich FP. Ihr könnt immer nur einen Geistertyp auf einmal herbeirufen. Okay, und wie funktioniert das? Talisman, das müsste... Aber außer zuerst nicht aktiv, oder? Das sieht so ausgegraut aus. Und ist das ein einmaliges Item? So, hat das Charges. Und Cooldowns, was mit den FP beschränkt. Okay, ich kann ihn nicht beschwören. Das aktivieren hier. Alter, the fuck? Habe ich das Ding aktiviert oder das andere? Letzte Ort der Gnade. Wir waren da Marikas Pfahl in der Nähe. Wir sind ja vielleicht näher, warum? Okay, ich habe es nicht geschafft, das zu klicken. Okay. Okay, ich habe nicht gedacht, dass Elden Ring so sehr meinen Arsch tritt. Habe ich nicht erwartet. Wenn ich mich jetzt sehr doof anstelle... ...aber... ...läuft jetzt gerade nicht so. Rudi! Rudi! Nein, ich habe... Ach, ich habe das falsch ausgewählt. Ich habe doch gerade gerollt. Das zählt überhaupt nicht. Wann, ich habe keine Ausdauer mehr. Und das ist schlecht. Ich brauche für einen Gegner auch irgendwie nur... ...vier von meinen Flaschen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ich habe irgendeine Debuff-Leiste auf mir, die mich... ...weiß ich nicht... ...irr macht. Verbluten lässt, vergiftet. Wird mir auch leider nirgendwo erklärt, was hier gerade mit mir los ist. Ah, ich... ...verblute nur langsam. Ähm... ...kann ich bitte nicht sterben, bevor ich meinen Shit aufgesammelt habe? Bitte? Hör mal hin, danke. Kann ich das aktivieren? Und mich da hinsetzen? Bevor ich kaputt gehe? Danke. Ah, du. Hey. Ja. Zu Tafelrundfeste gehen. Also ich hatte hier gerade einen ziemlich erfolgreichen Run und wollte das Gebiet klären und den Boss kehren. Aber wenn du sagst, dass es dringend ist, komme ich mit. Ausnahmsweise, aber wie gesagt, eigentlich hatte ich hier gerade, haben die nochmal Glück gehabt, die hier sind. Sind jetzt hier. Ich wollte hier nicht unter den Rock gucken. In der Tafelrundfeste versammeln sich Befleckte, die der führenden Hand der Gnade folgen. Ein Ultrafriedenspakt und das sagt sämtliche Kämpfer an diesem Ort. Das Symbol der Tafelrundfeste zeigt, dass dieser Frieden noch hält. Die Tafelrundfeste befindet sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur durch Schnellreisen über Orte der Gnade erreicht werden. Nutzt dafür die Karte. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht aus dem Flow rauskomme. Das ist, wenn man so gerade spielt und es läuft ganz gut und dann, ja, kommt man eben in so einen Flow und wenn ich jetzt dann von dieser Tafelrundfeste wieder zurückkomme, kann das sein, dass es dann irgendwie nicht so gut läuft. Naja, passiert. Hi. Ja. Was hast du denn da so? Die kosten ja auch. Heilt eine kleine Menge Lebenspunkte. Heilt eure Lebenspunkte und die Verbündeten. Linnert Giftbelastung, erhöht Magieschadenresistenz, Feuerschadenresistenz, eine Flamme in eurer Hand, einen roten Feuerball. Heilt eine kleine Menge Lebenspunkte. Tausende. Eine Schockwelle. Kann ja brauchen, wenn man sieht, da einige Attribute. Ich will das mal ausprobieren hier. Wie rüste ich das jetzt aus? Asche für Stärkung, Zaubereien, Anrufung. Ich check nicht, wie ich die jetzt irgendwo hinpacken kann. A nicht, B nicht, X nicht, Y nicht, die Triggern nicht. Trigger wechseln das. Wegwerfen, Auswahl zurücklassen, Auswahl wegwerfen. Ich will es nicht wegwerfen, ich will es auch nicht zurücklassen. Das muss ich nach der Folge irgendwie mal. Ich check nicht, wie ich meine Sachen ausrüste und das ist ein bisschen belastend. Ich glaube nicht, dass wir uns getroffen sind. Ich bin bekannt, wie D. Ich schlafe diejenigen, die in der Erde und schlafen, ihre Deathroute. Held meine Warnung. Diejenigen, die in der Erde sollten, 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 sind, ganz alleine. All die mehr, sollten, ein Mariner, zwischen, Auf die Seefahrer aufpassen. Ja, so sind die Bediensteten, kenne ich auch das Problem. Schick. Kolosseumkampfbeginn. Ähm, nein. Ich kann nicht vergessen, die letzte Mal eine neue Tarnisch machte den Weg nach der Rundtabelle. Sehr gut. Als Ihr Senior, ich bitte Sie willkommen. Es ist sicher hier. Sie können Sie sich nicht unterhalten, Ihren Garten. Geben Sie mir ein Wort an, als Ihr Senior. Sie sind ein besonderer zu der Rundtabelle. Nichts mehr. Ein Hausgeist. An der Tafel der Gnade rasten. Was passiert dann? Ah, okay. An der Tafel der Gnade rasten. Was passiert dann? Diese Tür ist blockiert. Was ist mir denn hier reingeraten? Neu, was wollt ihr? Alles. Eine kleine Geste gegeben. Mal dann. Was meint ihr mit Hausgast? Ist das der gleiche? Und er sieht ja halt ähnlich mit dem Helm, aber... Du, stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace. Lay low the shard-bearers and claim for yourself a great rune. Do so and the doors to the roundtables in the chamber will open and you will receive the wisdom of the two fingers. Once the wisdom of the two fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome as a true member of the round table. I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby timers think us no more than a shelter from the rain. We've spoken long enough. I have matters to attend to. John is not so böse to... ...and I have to understand, me is not so übel to do that, when I just make him through his books. renne oder jetzt davon noch ein bisschen höflicher sein kann ich da hoch leider nein zwillings jungfer hüllen wir kaufen viel geld anzahl der speicherplätze hilfe von jägern invasion 106 14 kauf immer eine waffe warum auch nicht da darf ich anscheinend nicht durch schmied schick das zimmer hi her greetings great champion called by grace i am fear circumstances have compelled my stay at the roundtable hold great champion would you allow me to hold you but briefly perhaps you might share with Wie kennen wir aus dem Intro? Das war die Companion of the Dead oder so haben sie genannt. Und lag da ja neben dem Skelett in so einer Kruft. Bestimmt verdiene ich irgendwas, aber vielleicht gewinne ich auch irgendwas. Sie will das von meiner Wärme und meinem Mut und Lebens... Ja, probieren wir es mal. Oh Gott. Ah, man kann ja mancher ganz gut tun. Segen des Firmaments. Was you felt light up inside you, was a Baldekin's Blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms, as often as you need. Danke. Er braucht Fokusgrund erhöht kurz das Gleichgewicht. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? Ja. Now, come closer. Ich möchte auch ohne Segen gehalten werden. Man wird viel zu wenig gehalten. Ich sag's euch. Oh, geheim sprechen. Oh, geheim sprechen. I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life. To do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray. Be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this as often as it takes. Then good day to you, my dear. And then good day to you. You're a new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Gerade ist den neuen Krumsilbel geholt. Gucken wir mal, ob wir den verbessern können. Nice. Alter, keine Seelen mehr. Will ich mal was verkaufen? Tja, wie war das? Plus sieben komme ich hier. Vier plus fünf. Kriegsasche. Kriegsasche duplizieren. Das ist dann doch wichtig. Kann man die noch einmal verwenden? Eiserne wille. Eiserne wille. Verlorene Kriegsasche brauche ich da. So eine Kriegsasche. Sturmstampfe. Kann ich das nur da zuweisen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Dann hat die irgendeine Fähigkeit. Im Moment hat die gar nichts. Und dann hat sie Eiserne wille. Oder Sturmstampfe. Affinität gewährt. Standard. Wertig. Wertig. Da verbessert sich die Attributsskalierung. Aber da ich noch keine guten Attribute habe, sind es dann weniger. Weil wertig ändert sich einfach gar nichts. Aber wie? Ich verstehe es noch nicht. Da probiere ich mir es einfach aus. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es so. Standard. Okay. Ah, und dann hat es dieses Symbol. Ah, ich kann es auch wieder ändern. Das kostet nichts, oder? Oh, jetzt sind beide. Ne, unten rechts sind das Symbols. Das habe ich mir falsch. Du kriegst auch schon duplizieren, Sachen verkaufen, die Kette an euren Beinen. Ich sehe, du hast es gesehen. Ich sehe, du hast die Kette an. Das ist nichts Besonderes. Ich bin ein Prismer, und diese sind meine Kette an. Ich bin verletzt, undie, 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 Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget the sheer terror of her. Thank you. Hmm. Hm. Hm. Jetzt? Darunter höpfen möchte ich nicht. Das sieht mir ein bisschen zu tief aus. Könnte ich das überhaupt? Glaube schon. Ja, aber... Ja, aber nein. Okay. Also, kann ich jetzt hier weiter wegreisen mit der Karte. Wenn ich fertig bin. Ich muss ihn einfach verlassen. Ja, interessant, was wir alles schon so erkundet haben hier. Drachenverbrannte Ruinen. Da haben die mich dann so billig da weggeschmüllt. Keine Ahnung. In eine Falle gelockt. Und nochmal hier hin. Eigentlich will ich da oben auch noch... Wo eigentlich der Weg ist. Ich gucke jetzt nochmal, ob hier etwas Interessantes ist. Das Rasten an einem Ort, der Gnade stellt... Lebens... Ja... Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt in der... In der Tutorialhöhle oder was hier... So weit zurück schicken. So scheiße habe ich jetzt auch nicht gespielt, dass ich mich gleich wieder zurück ins Tutorial schicken muss. So scheiße war ich jetzt auch nicht. Gehen wir halt hier hin. Das ist ein Minischild. Bisschen größer dürfte er schon sein. Warum sehen die mich eigentlich immer sofort? So, der oben sieht mich ja und hört mich ja auch gleich. Komm, hüpfe runter. Genau. Au! Ich brauche den großen... Ich brauche keine Pfeile mehr, um den so ein bisschen zu ärgern. Okay, danke. Okay, dann wenn ich eigentlich hingucke... Hier ist gleich so aus. Sehr schön. So, komm mal her jetzt hier. Okay. So, komm mal her. Ah, einmal zu viel. Das war so klar. Jetzt habe ich ihn da für einen Debuff oben links. Irgendwie überladen oder irgendwas. Die mittlere Last. Das ist gerade auch das Rückwärtslaufen. Das ist meistens ein bisschen schlecht. Ah, den letzten Angriff habe ich nicht mehr gerechnet. Das war so klar. Jetzt ist das andere wieder da hinten ja die beschützt. Ja ganz hervorragend war das alles richtig gemacht hier soll ich ja lang gehen bin ich das schlechteste elton wing spieler aller zeiten oder was ist hier eigentlich los ist ja furchtbar gott ok da bin ich gerade an der grenze wo man denkt immer schwer draußen zu zeigen dass es nicht okay ist dann steht er wieder kurz so ein brüderschädel so ein schleichen ist da irgendwie nicht der vorhin nicht in das horn getutet als ich beim ersten mal hier war ach da ist so ein fucking horn dabei deswegen will ich mich anschleichen ok jetzt schild ein bisschen sonst merkt mich doch nicht ich bin doch voll geheimnisvoll hier an der seite so geht es auch komm ja sehr gut nicht bald auf einmal geiler weise ich bin ja nicht ja so ja 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 Sehr souverän Ich will nach Hause Ich will ganz gerne mal wieder parieren Im Moment trau ich mich überhaupt nicht Die Hosen gestrichen voll Den hab ich ja Ich will ja keine Chance Oh eine goldene Saat Da kann ich meine Heilflasche aufwerten Dass sie eine Aufladung mehr hat Das ist gut Hätte ich doch gleich hier oben lang gehen sollen Moin Bestienleber Dann brauche ich das Tut mir leid Irgendwann wird er wahrscheinlich sauer sein Weil es seine Herde ist Und dann habe ich den Saat Der wollte eine Herde verteidigen Die habe ich nicht gesehen Das ist gleich die Strafe Weil ich irgendwelche Wehrlosen Viecher abschlachte Oh ist da unten los Komme ich wieder zurück Aber nicht hier hin Das muss ich vielleicht mal noch aufsammeln Da ist noch bestimmt noch welche ekligen Viecher Die da so leuchten Habe ich nur Bolzen gefunden Für eine Armbrust oder sowas Sag mal Reichweite Oh schreien die da oben Uff das sieht aber mal Gefährlich aus Okay man kann die anvisieren Bestimmt ist das schlecht Nachher ist das irgendwie Der Machtkreis Und das ist besser Wenn man die nicht killt vorher Oder so Aber ich schaffe die ziemlich gut Gleich one-shotet mich Irgend so ein Ding Weil ich dann irgendwie Nicht richtig aufpasse Ich sehe es schon kommen Dann geht es mir echt nicht so gut Nicht hier wieder runterschneiden Nein Ich schaffe die Die das tor ob es den falschen knopf gedrückt der sprung angriff habe ich nicht den falschen knopf gedrückt aber ich ziemlich sicher den richtigen gedrückt hat bloß nicht geklappt aus gründen soll es da sein dass der oben ist? ich bin ja nicht dran empfehlen kann waffe wie kann ich denn hier bolzen? bolzen, alles bolzen, knochenpfeile gefiltert habe ich nicht ja, schön so viel dazu können wir nicht ganz viel brauchen eigentlich ist heilung, ne? kann ich vielleicht von hier oben anspringen wahrscheinlich brich mir jetzt die beine da rein wo kann ich denn hier nicht vernünftig lang gehen, danke ok, jetzt probiere ich nochmal ich glaube mit einer fernkampfwaffe wäre das einfacher wenn wir die schnellen angriffe machen ja, ich halte natürlich nicht den fokus ok, dann halt nicht können wir uns den kreis mal erkunden und dann noch so ein Steinwurm jetzt würden die vielleicht Kraft dadurch gewinnen und dann halt zu solchen Viechern werden so, was passiert, wenn wir jetzt da hingehen? untersuchen untersuchen siegelgefängnis betreten ja, das ist bestimmt eine ganz hervorragende Idee ich weiß nicht, was da schief gehen sollte siegelgefängnis betreten ja, bitte ich sehe da kein Problem ist noch am gleichen Ort, ok jetzt ruhig ah ja natürlich ich wollte mal gucken, was macht der vielleicht für Angriff soll ich mich trauen zu parieren ich habe keine Haidränke mehr letzter Ort der Gnade ich gehe mal zu Marikas Pfahl vielleicht war der näher ok ah mal zum ausprobieren jetzt wenn ich die leben lasse mal gucken, was dann passiert ob das gut oder schlecht ist immer so aus Interesse ich glaube es ist eine super Idee jetzt in das siegelgefängnis zu gehen ich sehe kein Problem der Typ ist bestimmt ganz klasse ok die sind dann gar nicht mehr da in dieser Welt dann komm bring it zu spät konnte ich nicht parieren und das ich würde ganz gerne mal versuchen den zu parieren das eine hat eben nicht geklappt weil die Attacke habe ich nicht richtig antizipiert dann startet man gleich hier wieder also zum probieren geht das schon das dauert immer ein kleines bisschen zu lang mit diesem Laden noch zum Wechsel das ist blöd da habe ich extra geguckt ob ich irgendwas parieren kann dann macht er so einen scheißangriff ha naja das ist ein scheißangriff wenn es auf den Boden tritt hallo was ist denn die Reichweite da vorne ist schlechtes Gelände zum fighten irgendwie fuck es war zu spät nein 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 grad getrunken ja aber es sind auch eher nur so 15% ich gekillt habe selbst mit zwei parries das heißt ich müsste ihn irgendwie zwölf mal 15 mal erfolgreich parrying und zwischendurch nochmal treffen ich probiere es nochmal das ist ein ganz Erfolgserlebnis wenn mir das klappt aber sag mal ich mache doch echt nicht viel Schaden das ist doch wenn ich jetzt ein drittel Schaden gemacht hätte aber ich habe okay okay das war halt auch zu spät zum parieren und da das war völlig falsch zu versuchungsstellen zu parieren der verfolgt nämlich ganz schön nein das ist kein Glück das sehe ich immer schon kommen der hat gute Moves um die Entfernung zu überbrücken sag mal mal wie viel ist denn hier Skill Issue wie viel ist denn okay vielleicht sollte ich das noch nicht machen und wie viel ist ja äh Spielzeit scheiße ob sie gefährlich werden wenn ich da zu lange brauche für die ja die haben keine Chance die Folium Stein müssen wir vielleicht auch mal angucken was ich so einsammle Herstellung wo ist denn der Folium Stein hin hm das ist mal irgendwas anderes hm das ist mal irgendwas anderes weil ich hier hauen möchte erforsche mal die linke Seite hier das ist markiert hier Einhöhle Siegelgefängnis ok das ist markiert muss ich jetzt nicht selber machen was zur Hölle ist hier los was zur Hölle ist hier los ok gerade noch ein Blick wo ich eine Attacke starten ok gerade noch ein Blick wollte ich eine Attacke starten sehr cool wie die da hängen und nachts sind die wahrscheinlich aktive ein Sternenlichtsplitter wir sammeln Sachen auf nutzen um schrittweise FP zu regenerieren das ist ja das ist ja die Das war's. Okay, da geht's doch weiter, ne? Da ist eine Mauer eingezeichnet, aber vielleicht ist das hier einfach die zerstörte Mauer. Und ich will da hinten eigentlich noch ein bisschen schauen, was da los ist, bevor ich hier weitergehe. Ich muss ganz kurz gucken, ob das hier eine Sackgasse ist. Aber ich glaube, hier kommt man hoch. Und weiter, ja. Damit das Selector nicht wieder wegkommt, ist ein bisschen komisch. Ja, vielleicht ist das doch ein Gebiet, was hier eine Sackgasse ist. Aber dann gucke ich mir mal das einmal bis hierhin an. Und wenn man da nicht durchkommt, habe ich das zunächst einmal abgegrast. Irgendeine Art von Erfolgserlebnis. Wenn ich aggro, von alleine, komme schon so ein bisschen auf mich zu. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr wegkommt. Aber ich weiß, dass ich mich nicht mehr wegkommt. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr wegkommt. Da scheint es nicht lang zu gehen. Okay, was ist da los, was ist da los, was ist da los? Okay, habe ich auf den Angriff gewartet und habe ich reichelt. Ich weiß nicht, wie klug es ist, mit meinen Kinderparierkünsten zu besuchen und einfach zuzuhauen. Ich muss erstmal einfach normal kämpfen und parieren es. Gucken wir uns das mal an. Okay, ich weiß nicht, was ist da los, was ist da los, was ist da los, was ist da los, was ist da los. Ah. Okay. Sehr mysteriös hier. Oh, die sind schon von vornherein rot da hinten. Meinetwegen, oder? Ja, nichts getan. Kämpfen wir nicht mehr anders? Das ist einfach allgemein, jetzt stinkig. Ich würde dann eigentlich nochmal zurück und mir dieses Tor anschauen von oben. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Von der anderen Seite kam ich aber durch das Tor. Ach, war ich gestorben? Bin ich ja wieder da oder was? Ah, ernsthaft? Wir haben schon lange keinen Bonfire, möchte ich mal sagen. Ort der Gnade, wie heißt das, mehr gehabt? Oh, Gott. das zwischendurch zu machen es gibt ja doch immer nur die roten füllen doch einfach nur meine heilflaschen wieder auf und habe ich ja gerade volle natürlich was benutzt um meine lebensweise wieder aufzufüllen ich würde mir diesen turm ja eigentlich angucken weil mit sich in den rücken wir von der hinten rum ok ok warum konnte ich da nicht den follow-up machen ok da habe ich gerade meine attacke in seine reingemacht ist ja nicht so gut also elving hat es echt mit den delayed attacks das ist ganz großer fan von nein 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 danke gegen stich und blitz besser gegen schlag und feuer schlecht den cooler aus nein sieht scheiße aus so sicher scaribius da fast noch mal lohnen mach ich keinen bock jetzt eine hammer läuft wie am schnürchen und der hat noch nicht gemerkt dann komm ich habe echt so die hosen voll deswegen spiele ich auch komplette scheiße überhaupt nicht bin teilweise viel zu vorsichtig und dann probiere ich auch bestimmte sachen nicht aus und auch den falschen charakter eigentlich dafür zum kennenlernen zumindest gefühlt das ist nicht die beste entscheidung an der zeiten bitte jetzt nicht wieder in irgendein scheiß gebiet weitschuss talismann schuss weite für bögen jetzt bräuchte ich nur noch ein paar knochenfeile und nicht nur bolzen die wahrscheinlich nur für die armbrust sind die ich nicht habe 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 warum lagen da letztes mal so viele sachen hier oben drauf hat uns immer noch kann ich ihn da runterschubsen das ist nur so scheiß totenschädel überhaupt nicht lohnen aufzuheben scheinlich alles in trap diese scheiß totenschädel sollen check ich auch nicht ganz noch nicht die aufmerksamsten wölfe der welt auch man kann die kaputt hauen einfach mal freie erfahrungspunkte und 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 Ich bin bescheuert. Ich weiß gar nicht, wie gute goldene Runen sind. Aber es wird geschenkt. Da ist noch so ein Typ und da ist irgendwas ekliges. Krass, wie irgendwie vollgestopft alles ist. Und alles fühlt sich fies an. Und bei allem kriege ich auf die Fresse. Muss das so sein? Ich kann noch mehrere Sachen anvisieren. Na dann. Okay, 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 okay. Der Vogel bleibt voll geschillt. Ich wollte es mal probieren. Schlimmen bis dahin. Ich komme jetzt hier hoch. Na dann. Ich kann jetzt nochmal das... Ups, zwei Händen nicht tragen. Mach ich eh lieber aus. Sagt der. Dann kriege ich das mal voll auf die Fresse. Alter, was ist denn hier los? Sag mal, das hat noch 97% HP hier. Au, au. Noch so kleine Arschkinder hier. Da brauche ich vielleicht deine Kinder, weißt du. Aber vielleicht hängt das... Vielleicht ist es dann verletzliche. Na findest du scheiße, ne? Ja, ich find's auch scheiße. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab nur Spaß gemacht. Es gibt doch nur noch ein paar Blumen hier. Oh, ich hab den Arm abgehakt. Ist ja cool. Kann ich ihn irgendwie targeten? Den Arm? Dann brauche ich mich noch so rum. Okay. So cool. Wenn ich mir da kleinen Waffe angegriffen hab. Mit dem Dolch. Da hatte ich immer diese... Wenn ich hier irgendwie vier, fünfmal getroffen hab. Da hab ich immer so einen Bonus-Schaden. Das war ganz geil. Oh, ist wieder neu gewachsen. Ja, schade. Es ist dauerhaft Schwächen, weil es nicht... Ja, genau das. Das ist ja viel besser als mit dem Schwert. Aua, 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 aua. Hör auf. Wollt den Dolch aufleveln sollen. Da hat er nämlich noch getroffen gesagt. ein bisschen ausdauer ah ja heilig ruhig lass dich nicht stören ich mache das ja auch nur fair scheiß doch seine kinder in die gegend hier oder ich hatte fast schon gehabt 3 hp nein 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 ich will immer noch ausdauermär ficken so mit dem dolch geht das dann doch best warum darf ich nicht aussuchen was 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 warum darf ich nicht aussuchen wo ich respawne bei marikas statue das das war was warum denn wenn auch nutzen ist so durch ein vieh das war so ein doppelsprung jetzt haben wir sind auf den knopf gedrückt und ist weg und ich weiß nicht wie ich das beru zu weise das ist doch auch käse so meinshaft und die reinste zuweisen aber in den slots geht das gar nicht ich habe so scheiß viel fast gehabt was denn hier ist los ich will doch nur zurück zu meinen seelen jetzt alle mal die schnauze halten gerade wenn ich das aufsammeln wenn ich darüber reite ich habe ich will hier nur zu meiner ich will hier nur zu meiner ich habe das mit den blitzen ist auch so sehr interessant und wir scannen andermal an aber jetzt will ich wirklich sehr gerne meine runen heißt das nicht meine sehen aber eine rune wieder einsammeln schnauze ich bin hier schnell okay okay reiß ruhig alles ab wir hatten nicht eben fast das weißt du schon dann ja 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 Das war's. Das war's. Das war's. Eierstock, das Land-Oktopus. Na, lecker. So, Mama ist weg, ne? Scheiße ist das jetzt, ne? Wo ging dies eigentlich? Ja, blöd, ne? Und ohne Mutti. Komm mal her, hier auch noch. Die ganze Brut hier. Scheiße, ne? Nicht so, jetzt wäre ich nachtragend. Gar kein Fall. Amerikas Tits. Was? Na gut, wollte ich eh nicht treffen. Da unten war auch ein Blitzkram. Ah, ja, ah. Ja, zwei, ja. Ist doch anstrengend, die zu treffen. Ah. Das ist eine Schildkröte. Warum mache ich das? Ah, ja. Alles, alles voll. Ja, und dann ist es noch so. Nun, klar. Macht ruhig alles voll damit. Unten ist noch irgendwas mit Blitzen. Na, komm. Genau das haben wir auch schon gesehen. Na, Landoktopus war eben ganz cool, muss ich sagen. Der Fight. Aber ich nehme wieder lieber das Ding. Fuck, aber zu viel. Ah, das trifft mich dann trotzdem noch mit dem AOE-Schaden. Und schade. Ja, Bock mehr. Sag mal, da war ich doch vorbei. Brechheit. Au, dann habe ich nicht gerechnet. Was ist das? Gut, noch einmal zu viel gehauen. Einmal, wie immer. Nein, ich habe keine Energie mehr zum Rollen gehabt. Und zum. Ja, ich manage meine Ausdauer nicht gut. An der Stelle. Der Landoktopus. Hätte die Folge da mal aufgehört, ne? Ist ja so ein Erfolgserlebnis gewesen am Ende. Also, nein. Stopp, ist denn jetzt meine Sehen alle verloren gegangen, wenn ich sowas mache? Das wäre jetzt nichts noch. Ja, nicht... rumbummeln. Töröööööö. Ich darf meine Karte gerade nicht aufmachen, warum auch immer. Vielleicht geht es auch vom Pferd nicht. Das ist immerhin etwas, was halbwegs Sinne gibt. Was soll ich hier finden? Wollen wir gar nicht so angeguckt. Okay. Schick hast du es hier. Was das da wohl ist? Wenn wir die jetzt angefangen haben, sollten wir noch eben gesiegen. Ganz ein bisschen albern. Ja, da war genau dieser Angriff zu viel, wo ich schon dachte, man die Animation schon gesehen hat. Jetzt habe ich es nicht zu viel gemacht. Aber ganz schön oft daneben und das war jetzt, das war ein bisschen doof. Hm, da habe ich nicht recht, dass er mich damit trifft. Ah, ich habe mich ein bisschen zusammengerissen jetzt auch. Nicht diese eine Attacke immer zu viel gemacht, genau. Ah, ich bin bescheuert. Ich lerne noch dazu, ich sage es euch. Das war ja fast mal nicht scheiße, das gesehen. Das war fast nicht scheiße. Das war echt nicht scheiße, nicht nur fast. Das war nicht scheiße. Das war echt nicht scheiße. Das sollte man vielleicht auch nicht sein, wenn die ganze Ebene hier mit den Leuten voll ist. Ich werde nicht bei jedem Kampf komplett versagen. Vielleicht muss ich dazu bringen, dass einer von denen hier mal draufhaut. Juhu. Genau, Juhu. Komm noch mal mit. Ja, genau. Und noch einmal, glaube ich. Oder reicht das schon? Ich glaube, es reicht schon. Oh, ich habe schon mal auf den Kopf getreten. Das war genau das. Schon wieder zu viel Angriff, wo ich es eigentlich besser weiß. Wie oft kann ich ihn daneben haben? Ernsthaft? Und Schmiedestein und noch Schmiedestein. Also ich will noch einen besiegen. Ich bin so froh, dass irgendwas hier klappt. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Moin. Ah, jetzt habe ich mich so getroffen. Ich muss mal direkt müssen von dem Einschlag. Ich sehe nichts. Das ist, wenn man sich selber lobt, wird man gleich eingestampft. Zurecht auf dem... Okay. Was ich jetzt machen muss da oben? Ich muss da ein Dings finden. So ein Ort, wo ich respawnen kann. Da wieder hochreiten ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt, aber... Geil ist es auch gerade nicht, sage ich mal. Törö. Törö. Ja leider respaunen die jetzt alle. Das ist so ein bisschen aufgeräumt da. Da gab es ja auch irgendwas zu erkunden. Das ist eine Steinraupe, ich habe das ja noch gar nicht gesehen. Ich habe schon Bock, das hier ein bisschen zu erkunden und zu kämpfen und hier sind auch noch irgendwelche anderen Sachen, alles super. Fragmente, ob die irgendwie interessant sind. Au, au, au. Nein, nicht da rein, weg da. Interessant, dass dann hier so lange kein so ein Schnellreisepunkt ist, ein Respawn-Punkt. Au. Ich darf nicht auf die Karte gucken, während ich auf dem Pferd bin, oder ist das einfach wieder Buggy? Ah, da. Und da ist auch jemand. Das ist doch der perfekte Ort, um eine Rast zu machen. Ja, also mit dem Land-Oktopus und jetzt bis auf das, wo ich es gleich wieder verschrien habe, lief es auch mit diesen Riesen jetzt ganz gut. Also es wird besser sein, auch wo man den Schild benutzt, wo ich das mal zweihändig benutze. Erstaunlich. So, voll scheiße. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht gehe ich auch da die Burg hoch, hier gibt es noch bis 20 Sekunden hier rum. Wo so viel gibt es hier gar nicht mehr an Landmasse. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Aber man sieht es hier so ein bisschen. Vielleicht geht es da rüber. Vielleicht ist da Klippe. Diese Lichter wollen mich da hinführen. Gucken wir uns das an. Wir kriegen das alles schon hin. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So.